Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Immer noch schön brav ohne Mods, aber das ist nicht schlimm wie ich finde. Wir haben heute etwas vor, oder ich habe etwas vor und deswegen starten wir als erstes mal da runter, denn da unten holen wir noch etwas ab. Wobei ich auch da unten noch ein paar Dinge ändern muss, aber ihr wisst ja, das habe ich schon so oft gesagt, dass wir hier was ändern. Und letzten Endes habe ich es noch nicht gemacht, das ist wundervoll. Ich muss echt mal irgendwann schauen, dass da mehr gemacht wird. Aber das kommt auch noch. So, was haben wir hier? Eine Diamantsattel, beziehungsweise eine Rüstung. Aber die Rüstung reicht ja auch als Sattel aus, oder? Naja, ich nehme mir einfach vorsichtshalber mal das alles hier mit. So, das sollte reichen. Mehr? Ach ja, hier ist noch ein zweiter Sattel. Und ich wollte eigentlich was nachschauen. Verdammt, ich habe es vergessen. Ich muss jetzt kurz was googeln. Moment, ich muss jetzt mal kurz mein Handy hier zickern. Jetzt muss ich kurz googeln. Moment. Und Minekraft, oder beziehungsweise Bingen, weil Windows Phone. Entschuldigung, dass ich jetzt hier blöderweise euch so vor diesem Standbild stehen lasse. Aber ich muss was gucken. Ich habe es vergessen, ich wollte es vor dieser Folge nachschauen. Und nein, ich werde mir nicht die blöde geben. Das ist jetzt nicht zu wissen. Nee. Ernsthaft. Nee. Okay. Ja, ich habe es gegoogelt. Und gebingt. Und das, was ich herausgefunden habe, finde ich bescheuert. Aber, ich werde jetzt noch nicht verraten was. Das sehen wir gleich. Ich werde erst mal gucken, ob ich diese Zutaten da habe, die ich brauche. Oh, wie mies. Ich ärgere mich. Nein, Minecraft. Ich finde das scheiße von dir. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber es ist so. Geht's euch gut? Ja? Okay. Keine Eier? Schade. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein und gucken in die Kisten rein. Danke. Heute bin ich aber wieder nett, oder? Oh, guck mal, was wir hier noch an Fleisch drin haben. Achso, das ist das Zeug von der letzten Wanderung. Okay. Das, was wir nicht brauchen, haben wir jede Menge. Das brauchen wir auch, aber das haben wir auch in anderen Kisten. Erst muss ich gucken. Gucken. Nein. Warum? Nein. Männer muss es hier drin sein. Nein. Nein. Was? Warum? Warum? Weil ich aber... Aber ich will. Aber... Nein. So. Ich geh jetzt streiken. Ja? Ich geh jetzt voll streiken. Ich finde es voll mies. Minecraft finde ich scheiße. So, erst mal essen. Frust essen. So. Oh, falsche Richtung. Es ist still in meiner Dorfseite, die ich die Dorfbohle eingesperrt habe. Aber das ist traumhaft. Lauf, Minecraft-Mensch. Machen wir es halt so. Upp. Ne, ich mag das eigentlich nicht. So zu laufen. Das bin ich scheiße. Wehe. Ich habe das nicht in meinem alten Haus. Wehe. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo sowas hatte. Oder ich habe das immer verloren, wenn ich gestorben bin. Das geht natürlich auch. Und... Okay. Geht das nicht ein bisschen schneller? Geht das wirklich so schneller? Mit Sicherheit geht es so schneller. Das haben die Leute doch sicher ausprobiert. Oder ist das einfach nur ein Minecraft-Phänomen, das sich hält? Ich... Ich weiß es nicht. War ja auch immer so, dass man sowas Eis so schneller kommt, weil man so einen kurzen Schub bekommt. So. Was war denn hier? Da war doch gerade was. Wieso nicht? Aber da war doch was. Na, egal. Nein. Nein. Ja! Juhu! Ähm. So. Denn ich muss mir jetzt was kraften. Aber vorher räumen wir mal ein bisschen Käse auf. Das... Na, nee. Das ist Schwachsinn, das wegzuschmeißen. Aber das hier schmeißen wir weg. Und das und das. Und das. Und das. Und das. Und... Jetzt haben wir zwei Glasflaschen. Ach ja, wegen den Hexen. Ja, das auch. Damit ich ja nicht auf die Idee komme, die doofen Blorvenwohner wieder rauszulassen. So. Denn ich möchte mir etwas kraften. Das geht so. Und so. Und so. Und ich habe eine Leine. Es sind zwei Leinen. Ja, immerhin. Das ist eine Entschädigung. Das ist eine gute Entschädigung, Minecraft. Ihr habt mich ja schon geärgert, als ich gerade gegoogelt habe, dass man Schleimbälle dafür braucht. Was soll denn der Käse? Wieso brauche ich Schleimbälle für Leinen? Wieso, Minecraft? Wieso? Wir machen jetzt einen Abstecher in diese Richtung. Wir müssen ja nicht unbedingt wieder direkt durchs Dorf gehen. Denn... Ich möchte mir jetzt ein Pferd holen. Ich weiß aber noch nicht welches. Machen wir das Weiße? Machen wir das Braune? Die Schwarzen waren so schön, aber die waren halt woanders. Finde ich doof. So. Hier sieht man ja auch noch ganz schön, dass hier in dieser Richtung noch die alten Chancen sind. Es wäre ja schade gewesen, wenn die Monsterfalle weg gewesen wäre. Okay. Wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn da unten einen Endermann gewartet hätte. In der letzten Folge wollte ich ja unbedingt einen Endermann killen, aber es war kein Endermann da. Ach, hier sehen wir, wo der Chancen zu Ende ist, ne? Hier ist er. Hier ist der Chancen zu Ende. Beziehungsweise hier sind halt die... Minecraft? Hä? Ich habe hier den Chancen erneuert, aber hier drüben ist nochmal. Ach, ich hatte den Bereich hier doppelt markiert. Der wurde so quasi zweimal entfernt. Und hier ist ein Sumpf. Ich habe einen Sumpf mehr oder weniger zu Hause. Oh. Ist das schön. Wuhu. Ich habe Mist gebaut beim Chancen rausschneiden. Verdammt. Naja, das hat nicht jeder. Und hier ist ein Pferd. Ein braunes. Oh, das ist so schön hellbraun. Das ist schön. Oh, guckt mal. Guckt mal. Ui. 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 Mag ich aber nicht. Wie das aussieht. Ich habe da voll den Scheiß gebaut beim Chancen rausschneiden. Hätte mir eigentlich schon auffallen müssen, als ich darüber gegangen bin, dass es hier nochmal abgeschnitten ist. Die sehen schön aus. Das hat so eine schöne weiße, so eine hellbraune Mähne. Das ist ja eigentlich schön. Denn ihr habt mir ja erklärt, wie das mit den Pferden jetzt funktioniert. Okay, das Pferd sieht interessant aus. Wollen wir mal gucken. Was haben wir noch für Pferde? Wir haben ja noch Pferde. Da vorne sind ja noch andere. Die sind da vorne. Ja, die sind noch weiter vorne. Okay, die schauen wir uns jetzt nochmal an und dann entscheiden wir, welches Pferd wir nehmen. Beziehungsweise ich werde mir zwei Pferder nehmen, aber... Naja, gucken. Gucken, gucken. Wow, wow, wow. Wow. Hallo, Creeper. Ähm, Creeper, möchtest du brennen? Du explodierst so gerne. Ich denke, du brennst auch voll gerne, oder? Ui, gleich zweimal. Wow. So. Machen wir da mal so. Oh. Uh. Uh. Guckt mal. Alliopp. Ich wusste, dass es wehtun wird, aber es ist mir scheißegal. Ich hab ein Pferd. Das hier will ich jetzt. Weil das grau ist. Bist du ein Pferd oder bist du ein Esel? Du bist voll das kleine Pferd. Die mag ich nicht. Das mag ich. Das mag ich ja. Ich will dich. Ich will dich. Mir wurscht. Aber es wirft mich ja nicht ab. Ich muss also schon mit Sattel, oder? Mit Sicherheit mit Sattel. Aber es wirft mich doch nicht ab. Moment. Aber ich will das Pferd. Wieso nicht? Wieso? Dann nehmen wir halt das hier. Okay. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Ich wollte das hier. Ich möchte das Pferd haben. Sag mal. Hä? Ich möchte das Pferd haben. Minecraft. Minecraft verarscht mich. Das gibt's doch nicht. Moment. Ich muss nochmal googeln. Das gibt's doch nicht. Ihr habt mir geschrieben, dass ich da einfach mit Rechtsklick drauf klicken muss. Pferd. Und dass sich das dann so erhöht. Dass es mich dann immer abwirft. Das wirft mich ja nicht ab. Es streikt ja einfach nur. Also irgendwie komme ich mir von diesem Spiel gerade dezent verarscht vor. Machen wir das Standbild so, dass wir wenigstens das Pferd beobachten können. Das sich jetzt versteckt, weil ich hinschaue. Ist super. Weiter, Leute. Pferd. Vom Pferde auf Pferd. Super. Och, Minecraft, Vicky. Was soll denn der Käse? So. Es lädt. Es lädt. Und es sagt mir, Pferd. Implementierung. Dieses Neue. Nennt PC. Bla, bla, bla. Zähmen. Indem man mit der leeren Hand auf einem Pferd rechtsklickt. Beim ersten Versuch wirft das Pferd den Spieler ab. Ja, das mit den 5% Punkten, wie ich es ja gesagt habe. Nach dem Zähmen kann man dem Pferd den Dingsterwumster aufsetzen und bla, bla, bla. Da lag es vielleicht an dem, dass ich keine leere Hand hatte. Könnte es an dem gelegen haben? Dann probieren wir das jetzt aus. Leere Hand. Und Pferd, wo hast du dich versteckt? Da ist es. Nochmal. Ganz langsam. Ganz langsam. Juhu. Ey. Ey. Okay. Das hat funktioniert. Körst du mich noch nicht? Hey, Pferd. Nein. Körst du jetzt mir? Ist jetzt Schluss? Bist du jetzt mein Pferd? Nein, das ist immer noch nicht mein Pferd. Aha. Jetzt bist du mein Pferd. Bist du jetzt mein Pferd? Ja? Jetzt ist es. Pferd. Du bist jetzt... Ey. Bist du jetzt mein Pferd? Jetzt ist es mein Pferd. Na geht doch. So. So. Ich möchte dir diese Rüstung geben. Und diesen Sattel. Sieht voll bescheuer aus. Aber okay. Ja. Wow. Das ist ja voll schnell. Ähm. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wow. Ist das schnell. Aber springen kann es nicht. Doch. Es kann springen. Äh. Moment. Machen wir es jetzt weg? Ich glaube, mit der Schaufel ist es schneller, oder? So noch. So noch. So noch. So. Das schaffst du jetzt, Pferd, oder? Ja. Okay. Sieht ja doof aus. Aber naja. Juhu. Okay. Ein bisschen buggy, aber okay. Aber es funktioniert. Sehr schön. Wir haben ein Pferd. Es war kein Haus für mein Pferd. Ich habe ein Haus, einen Affen und ein Pferd. Aber der Affe und das Haus für das Pferd ist nicht da. Geh da durch. Geh halt da durch. Komm. Mein Pferd. Mein treues Ross. Folge mir. Durch dieses Tor. Folge mir durch dieses Tor. Mensch. Was ist das? Wir folgen. Ich dachte jetzt, es hätte funktioniert. Ja. So funktioniert es nicht. Ich wette, dass es nicht über den Zaun springen kann. Und? Doch. Es kann über den Zaun springen. Es wäre aber auch seltsam gewesen, wenn es nicht gekonnt hätte. So. Runter. So. Das Pferd nehmen wir jetzt. Und binden wir jetzt hier fest. Nein! Nein! Boah, war das Glück. Entschuldigung, Pferd. Moment. Karotte? Nicht? Willst du keine Karotte fressen? Okay. Dann halt nicht. Ey! Creeper! Was soll das? Ich habe dir nichts getan. Irgendwo ist hier immer noch nicht anständig genug ausgeleuchtet. Ja. Mensch, Creeper. Ich finde das voll scheiße von dir. Och, Mist. Die Kacke, ey. Mann, Mann, Mann. So. Wenigstens. Na ja, wir haben auch nur noch einen. Och, Mensch. Das ist voll Käse. Ja, ist voll Käse. Das finde ich doof. Naja, aber jetzt mache ich das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte mir eigentlich hier diese Enderperle nehmen. So. Und dann wollte ich hier. Hier lang gehen. Können wir so ein zweites Perl holen? Ich habe jetzt keinen Bock, das zu reparieren, Creeper. Ja, hörst du? Keinen. Nein! 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 Was habe ich getan? Oh! Das ist voll fies, das Spiel. Das ist voll gemein zu mir. Da hinten ist schon... Nee, ist kein Creeper. Pferd! 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 Hätte das Pferd wirklich festbinden sollen. Pferd, komm! Pferd! So! Durch den Wald! Und hier lang! Läuft es eigentlich über... über so... Läuft es denn da drüber, wenn es nur so ein Block ist? Ja, tatsächlich, da läuft es drüber. Da muss ich gar nicht springen. Okay. Da müsste es ja da rauf, ohne Probleme raufkommen, oder? Tatsächlich. So. Und mein Pferd findet mir jetzt einen Endermann. Wehe nicht! Du findest einen Endermann oder Pferd? Ich bin mir sicher, dass du einen Endermann findest. Ein bisschen buggy ist es an mancher Stelle. Entschuldigung! Regeneriert sich das Pferd eigentlich wieder? Das ist ja nett, ja man, mehr. Ähm. Kann man das Pferd irgendwie regenerieren? Nicht? Okay. Das müsste ich doch irgendwie regenerieren können, oder? Ach, wie mies ist das denn? Okay. Das Pferd geht aber auch nicht ins Wasser. So viel weiß ich. Dann halt nicht! Dann halt nicht. Dann finden wir halt keinen Endermann. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr auf einen Endermann. Wo ich die tolle Perle... Ja, hörst du mal... Oh, das Pferd ist buggy. Das funktioniert noch nicht so, wie es funktionieren soll. Ne, ich werde das Pferd jetzt erstmal abliefern. Hallo! Also, es ist nicht das Spiel, das ruckelt. Es ist definitiv das Pferd, das buggy ist. Weil die FPS sind stabil bei 60%. Okay. Ähm. Ähm. Hallo! Danke. Ähm. Absteigen, bitte. Ich möchte das Pferd irgendwie heilen. Ach, Moment. Jetzt ist es geheilt. So. Jetzt binden wir das Pferd irgendwo fest. Und zwar... Ähm... Hier. Hier binden wir das Pferd fest. Geht das hier? Nicht? Achso, das geht nur an einem Zaun, ne? Ich hab keinen Zaun da. Ich hab keinen Zaun da. Da oben ist Zaun. Geh weg, Pferd! Oben ist Zaun. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Hier ist Zaun. Pferd, hier binde ich dich fest. Geh, ich binde dich hier fest. So. Schön. Äh. Kann ich auch hier einen Dorfbewohner festbinden? Ach, da muss ich ins Haus gehen. Das sind ja im Haus die Dorfbewohner. Also der eine halt, ne? Der eine, der... Der... Hoffe ich. Wo ist denn der? Ist der jetzt eingeschnappt? Ich glaube, der ist böse. Sind die anderen denn noch da unten? Ja. Boah, für einen kurzen Moment dachte ich, die sind jetzt auch alle weg. Ich bin mir fast sicher, dass der eingeschnappt ist. Ach nee, der Hund hat den doch umgebracht. Mua. Jetzt sind er. Gut. Ähm. Ich habe eine Enderperle versaut. Boah. Wir haben sie jetzt in 10 Minuten. Okay. Ähm. Wir haben eine Enderperle versaut. Oh, ich finde es so mies. Oh. Oh, Fleisch. Oh, Eisen. Oh, Eisen. Oh, Gold. Oh. Kohle. Mäh. Holzkohle. Mäh. Mäh. So. Was machen wir jetzt? Wir müssen mal wieder aufräumen. Aber ich habe keinen Bock, jetzt hier aufzuräumen. Ätsch, bätsch. Wir haben eine Enderperle versaut. Wieso ist hier kein Enderman? Enderman. Wo bist du? Enderman. Hallo? Ein Zombie, wo ist Enderman? Ach, ich glaube, der will mir nicht antworten. Ich hätte es gedacht, da unten ist ein Creeper. Du weißt, es ist nur das Bett. Ich muss die Betttextur ändern. Unbedingt. Ist hier noch Wasser? Ja. Was ist hier drin? Ach ja, hier sind noch die Klänke. Packen wir hier noch die Fläschchen rein. Ne, die Fläschchen packen wir hier raus. Die Fläschchen packen wir hier rein. Oh mein Gott, ich habe toll Fläschchen gemischt. So. Essen. Eisen. So, können wir jetzt... Das können wir auch noch zum Braten reinschmeißen. So. Ich ärgere mich jetzt. Es hilft nicht. Ich sage an dieser Stelle, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ähm. Ja genau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.